Wie könnt ihr es machen? Das wird das Steuer zu stehen kommen. Lässt mich endlich los! Los! Damit kommt ihr niemals durch, niemals, das sage ich euch. Was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Wirklich! Lasst mich los! Halt endlich das Maul! Ganz ruhig, Roy. Sie müssen doch wohl verrückt sein. Dafür werden Sie zur Verantwortung gezogen. Setz Sie hin. Wissen Sie, wen Sie vor sich haben? Halten Sie den Mund. Egal, was Sie vorhaben, es wird Ihnen nicht gelingen. Okay, mein Freund. Nein, davon brauche ich nichts. Haben Sie was Einfarbiges? Alles klar. Vector! Ausstieg dich! Ausstieg dich! Ausstieg dich! Ausstieg! Ausstieg dich! Steigen Sie ein! Na los! Danke! Musik Sie hat versucht, aus Ihrem Zimmer auszubrechen. Da haben wir Sie geschnappt. Ich möchte, dass Sie mich ansehen. Hm? Sehen Sie mich an? Ob Sie sterben oder nicht, ist mir wirklich vollkommen egal. Das macht doch überhaupt keinen Unterschied. Was wir nicht wussten, war, dass Drakes Plan, den Emu umzubringen, nicht nur auf dieser einen Bombe aufgebaut war. Ist der Prinz noch in der Konferenz? Was ist der Prinz? Was ist der Prinz? Los, steig ein! Nun macht's schon, steig ein! Markus, ich danke dir. Ja, ja, das rückt sich hoffentlich im Trinkgeld aus. Wo ist Drake? Keine Ahnung, ich schwere es. Mike! Lass das jetzt, wenn wir uns nicht beeilen, kommen wir nicht mehr rechtzeitig zu dem Bankett.